Mein Name ist Paul Zödi und ich kaufe Immobilien zum Halten bei Entholt, aber auch zum Handeln bis schon weg und fix und flip. Und in diesem Video erkläre ich dir, von welchen Immobilien du in 2023 die Finger lassen solltest. Erstens, ich würde die Finger lassen von Standorten, Regionen, die sehr, sehr stark vom demografischen Wandel getroffen sind. Was bedeutet das? Demografischer Wandel, Überalterung der Gesellschaft. Es gibt in Deutschland, in der westlichen Welt, Regionen, wo die Menschen immer älter werden, aber leider Gottes auch sterben. Und gleichzeitig die junge Bevölkerung in die Ballungszentren abwandern. Gleichzeitig die Migration, die dem entgegenwirkt dem demografischen Wandel. Die Migranten gehen in der Regel in die Ballungszentren. Es gibt Regionen, Beispiel, ich selbst bin in Thüringen investiert, der Bezirk Suhl in Thüringen, dem wird prognostiziert, ein Bevölkerungsrückgang bis 2040 in Höhe von 30 Prozent. Welche Quellen kann ich dazu bemühen? Es gibt verschiedenste, es gibt Prognos, Wegweiser Kommune, es gibt die vom Immobilienverband Deutschlands, die Berichte für die jeweiligen Bundesländer. Und es gibt auch das Immocation Standard Tool, wo ich sehr, sehr gezielt mir für die einzelnen Regionen teilweise bis runtergebrochen zur Postleitzahl relevante Daten ziehen kann. Was bedeutet das, wenn die Alten leider Gottes sterben und die Jungen weggehen? Das bedeutet sehr, sehr viel, weil zunächst einmal das Leerstandsrisiko steigt. Folglich, wenn das Leerstandsrisiko steigt, fallen die Mieten. Wenn die Mieten fallen, fallen auch die Kaufpreise. Deswegen die Warnung, vielleicht habe ich heute eine schöne Ist-Rendite. Fraglich ist aber, wenn ich mich vor allem in dieser Region nicht auskenne, natürlich kann ich überall gut investieren, wenn ich mich auskenne dort. Aber wenn ich mich nicht auskenne, dann ist die Frage, wie nachhaltig ist die Rendite und wie nachhaltig ist mein Vermögenswert im Wert. Zweiter Punkt, da möchte ich sensibilisieren und das ist das Thema Energiewende, Energiekosten, Green Energy oder wie man das Ganze zusammenfassen möchte. Das sind ja mehrere Faktoren. Ich bin überzeugt davon, dass die Energiekennzahl zukünftig viel, viel mehr Einfluss auf den Preis der Immobilie haben wird. Was bedeutet das? Heute wird vielleicht rudimentier, also wirklich marginal unterschieden, ob meine Immobilie jetzt eine Energiekennzahl beispielsweise C hat im Vergleich zu E. Bin aber überzeugt davon, aufgrund der ganzen Verordnungen, die jetzt teilweise schon in Gesetze gegossen wurden, beziehungsweise uns noch bevorstehen und ich will jetzt nicht anfangen, bis hin zum Gasausstieg irgendwas vorzuexerzieren. Aber was wichtig sein wird, es wird immer relevanter. Warum? Die Energiekosten sind gestiegen und das wird sich durchdrücken und vor allem auch die Vorschriften, die kommen aus der Politik, die gesetzlich uns mehr oder weniger umgebunden werden, die kosten Geld. Und die Fördertöpfe sind meist schnell leer und in der Regel wird nicht alles zu 100% gefördert und dementsprechend werden wir auf der einen oder anderen Stelle mit massiven Kosten konfrontiert werden. Als Beispiel, ich glaube das sollte man auch zumindest am Schirm haben gedanklich, wenn ich jetzt in München bei einem Quadratmeterpreis durchschnittlich 8.000, 9.000 Euro eine Sanierung auf eine gewisse Energiekennzahl, die mir vorgeschrieben wird, beispielsweise Minimum eh bis 2032 erreichen muss, dann kostet mir das, ist natürlich abhängig davon, in welchem Zustand mein Haus ist, das kann man pauschal nicht nennen, aber vielleicht im Durchschnitt 1.000 Euro am Quadratmeter. Diese 1.000 Euro am Quadratmeter kostet es mir aber auch in einer Region, und ich nenne jetzt keine Namen, die aber sehr stark vom demografischen Wandel geprägt ist, wo vielleicht der Quadratmeterpreis heute 1.000 Euro kostet und ich nochmal 1.000 investieren muss. Da passt die Relation nicht mehr. Kosten nutzen im Rahmen des Ertragswertverfahrens, ich kann meine Miete, kann in der Regel das nicht kompensieren bzw. die Miete kann auch in der Form nicht angehoben werden, um diese Zusatzkosten zu kompensieren. Dritter Punkt, der Immobilienhandel, oder auch fix im Flip genannt, das war in der Vergangenheit in den letzten Jahren relativ schwer, was falsch zu machen. Aufgrund der stetig steigenden Preise hat man sogar mehr richtig gemacht, wenn man länger gebraucht hat. Aktuell befinden wir uns in einer Phase, wo sich die Vorzeichen geändert haben, wo es ein Stück weit gefährlich wird. Ich würde mich Stand heute, wenn ich ein Objekt kaufe und das beispielsweise mit einem Tool wie Priceable analysiere, dann drei Monate saniere, mich nicht mehr darauf zwingend verlassen, diesen Exitpreis noch zu erreichen. Was bedeutet das gleichzeitig? Ich würde euch raten, eher in Ballungszentren zu gehen, zunächst einmal und die Finger von irgendwelchen Spekulativen, nenne ich es mal, gegenzulassen. Zweitens würde ich euch raten, eher in Objektkategorien zu gehen, die noch gehandelt werden. Warum werden die gehandelt? Weil die leistbar sind. Was bedeutet das? Kategorie ein bis zwei Zimmerwohnungen. Manche müssen sich verkleinern, es gibt genug Leute aber noch, die nach wie vor finanzierbar sind zum einen, aber die vor allem Geld erarbeitet haben, am Konto liegen haben, Geld geerbt haben, am Konto liegen haben. Ich nenne die Inflationsflüchtlinge, die aktuell aufgrund der sehr, sehr hohen Inflation Angst haben, dass ihr Geld sukzessive weggenascht wird vom Konto und deswegen in harte Assets gehen, wie es eine Immobilie ist. An welchen Objekten im Rahmen des Immobilienhandels lasse ich aktuell die Finger? Das sind Objekte, die vor allem junge Familien nicht mehr finanziert bekommen. Wir hatten anfangs noch Zinsen im Fixzinsbereich auf zehn Jahre in Höhe von einem Prozent. Jetzt sind wir durchschnittlich roundabout bei vier Prozent. Wenn man sich einmal eine 500.000-Euro-Wohnung und dementsprechend das Darlin hernimmt, dann hat die junge Familie noch anfänglich jährlich 5.000 Euro an Zinsen bezahlt. Jetzt zahlt sie bereits anfänglich jährlich 20.000 Euro Zinsen. Und das können sich sehr, sehr viele nicht mehr leisten. Aber das Wichtigste und die Quintessenz aus dem Ganzen ist, jeder Markt hat seinen Markt. Es wird immer gehandelt, Menschen sterben leider Gottes, Menschen lassen sich scheiden, Menschen ziehen weg, verkleinern sich, vergrößern sich. Das heißt, der Markt ist nicht tot, der Markt hat sich nur verändert. Und jede Veränderung bringt auch Chancen. Was ist die größere Chance momentan, dass die geglaubt haben, einfach so mitspielen zu können? Und plötzlich hat ja de facto jeder geglaubt, er kann Immobilien kaufen, weil die Bank finanziert sowieso alles 100 oder 110 Prozent und man kann ja de facto nichts falsch machen. Die fallen nach und nach links und rechts weg. Das heißt, es wird jetzt eine Phase für die Leute, die gut ausgebildet sind, die sich updaten, die mehrere Strategien fahren, die nicht nur in die eine Richtung blicken. Und deswegen kommen wir wieder zu dem Punkt, Wissen ist Macht. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, folge Immocation und abonniere diesen Kanal. In der letzten Zeit, mein Lieber Herr. Genau, ich bin sehr glücklich.